Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Gameplay zu Path of Exile Delirium League. Wir sind hier Akt 10 vor dem Kitawa. Kitawa ist sozusagen der normale Endboss. Dann gibt es ja das Map-System und nach dem Map-System kommen ja noch zwei weitere Bosse. Plus noch viele andere, plus noch die Bosse von den verschiedenen Ligen. Und ja, jetzt haben wir eben Akt 10 erreicht. Also ich habe Akt 10 erreicht. Wir waren ja in Akt 6, glaube ich. Ja, Ende. Ne, Ende. Wo waren wir? Akt 7. Ja, genau. Ende Akt 7, 8. Und jetzt bin ich in 10. Jo, und der Charakter hat sich natürlich verändert. Er levelt extrem schnell. So bin ich damals in der Bett oder so bin ich da schon im Endgame gewesen und jetzt bin ich erst hier. Das ist mein Level viel zu schnell. Was ich geskillt habe, wollte ich noch zeigen. Unbedingt hier noch Asche, Frost und Sturm wegen verringender Elementarschaden. Also 10% reflektierte Dinge töten mich sofort. Also ich kann ohne Reflektion wahrscheinlich den Bild gar nicht spielen. Deshalb bin ich gerade am Ausdenken, neuen Charakter zu machen, der auf Giftschaden setzt, damit er nicht Reflektion erleiden muss. Aber es ist einfach extremst viel. Ich muss mal kurz schauen. Suchen. Reflektion. Ist es wirklich nur der, der Reflektion weg macht? Es ist einfach zu hart. Ich mache zu viel Schaden pro Sekunde. Und deshalb tötete ich mich immer sofort. Wenn viele Gegner in der Nähe sind. Wenn Boss in der Nähe sind, nee. Tötete es mich nicht, aber ja. Ich muss es mal schauen. Also machen wir den Boss. Altar des Hungers. Da ist er wieder. Der gibt es in Akt 5, Ende Akt 5 schon. Aber jetzt in Hälften sehr schwer. Viel, viel schwerer, aber ist natürlich nicht schwer. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr den Feuer immer ausweicht. Diese Boss-Situation gab es, glaube ich. Also ich weiss es nicht genau, aber in Action-Round-Spielen gab es das 2002 bei Dungeon Siege 1. Das erste Mal. Da war ein Drache im Endgame, der so funktionierte. Und ich glaube schon früh in Dungeons & Dragons oder sonst irgendwas gab es diese Kämpfe. Wo eine halbe Arena ist und der Boss wirklich außerhalb der Arena ist. Und ich finde die persönlich immer nervig. Weil ich es auch nicht gerne Ding, also der Boss-Kampf ist immer eigentlich zu viel Schaden. Man muss zu tankig sein. Aber gut. Ich kenne ja den Boss so langsam. Und, ähm, oh. Ja, die müssen die auch natürlich ausweichen. Die könnten euch one-hitten. Diese Kreise. Ja, ich bin jetzt sowieso extrem tankig. Also ich weiss es nicht unbedingt, was extrem tankig noch nicht. Aber viel Leben. Weil, ja. Ich bin einfach nicht resistent, sozusagen. Aber, aber einfach viel Leben jetzt schon. Ich hatte, glaube ich, noch nie so viel Leben mit Level 74. Aber so ist eben noch nicht so viel Leben. Also High-End-Baits, Tanky-Baits. Ich habe natürlich schon viel mehr Leben. Aber ich bin völlig extremster Glass-Cannon-Schadenausteil. Deshalb, ja. Ist es eigentlich sehr gut für so ein Bild. Für den Magen. Ja. Ausweichen. Da ist gewichen. Oh ja, Feuer. Weg, weg, weg. Und er ist schon down. So seht, ganze Arena voller Feuer. Das ist der heftigste Move. Er ist sowas von broken. Und natürlich auch sehr viel Schaden bekommen vom Feuer. Der Dot ist riesig. Jetzt müssen wir leider noch das Herz schaffen. Aber. Nein, ich sterbe. Nicht. Boah, was ist denn das für ein Angriff gewesen, der so viel Schaden macht? Heftigste. Ja, tot. Ja, er ist tot. Haben wir ihn doch noch schnell in dieser Runde getötet. So. Also der Kampf war easy. Aber auch, weil wir so OP sind. Wenn ihr das erste Mal bei Kitawa Aktien seid, dann werdet ihr wahrscheinlich, ja, so 20 Mal sterben. Also 10 Mal. Aber gut. Jetzt geht's also. So. Jetzt haben wir das Map-System. Und das erkläre ich euch natürlich auch gerne ein bisschen. Gut, weil ich habe Neulinge, also vor allem einer, der gerne Kommentare schreibt und noch nicht so wusste, was, was, was ist. Und das versuche ich in den nächsten Parts auch ein bisschen besser zu erklären, weil ich habe jetzt diese Season jetzt noch nicht so viel erklärt, weil ich ja das ziemlich jede Season mache. Mit euch ein Gameplay oder Let's Play. Ja, ein Let's Play ist halt einfach zu langsam, dann bekomme ich Seasons nicht mehr viel hin, oder? Weil man ja immer wieder warten muss, bis alles hochgeladen ist. Und das einfach so mega Probleme hat, beim Zeit finden und investieren. Und das natürlich ein mega Farmspiel ist. Also was ich jetzt schon alles gefarmt habe, wie viele Unix und so getroppt sind, alles mögliche. Ist schon extrem. Also hier ist noch ein Punkt einzufügen. Und dann mache ich eigentlich eher auf Juwele. Ich mache auf jeden Fall mal den hier. Sie sollte eigentlich Punkte hier investieren. Ich muss ein anderes Juwel haben. Das ist einfach zu schlecht. Das ist schon gut. Aber es hat zum Beispiel nur acht passive Fertigkeiten. Es gibt zwölf. Was könnten wir machen? Ich möchte mal kurz schauen, dass ich da irgendwie... Ich brauche Leben. Wir gehen jetzt eigentlich nur auf Leben. Ja. Also hier haben wir noch gemacht. Fünftes ist auch hier. Wir gehen doch eher hier hin. Einfach viel Leben. Oh, wir haben noch einen. So. So viel Leben wie möglich. Und ähm... Ja, eigentlich sollte ich auf Rüstung gehen. Also. Wir nehmen eine Map mit. Oder nein, wir bekommen eine Map geschenkt über. Deshalb gehen wir gleich mal kurz noch. Mal hier nachschauen. So, mal kurz nachschauen. Wir haben genug Zeit. Es passiert immer so viel in Puff-Off-Wechseln. Dann verstehe ich manchmal die Zeit nicht. Wie lange die Zeit schon vergangen ist. Unglaublich, wie viel man machen kann in 30 Minuten. Aber Zana ist ja nicht hier. Stimmt. Das wurde ja verändert. Wir müssen jetzt hier hin. Kirak reden. Ah, Kirak. Kirak ist noch nicht hier. Stimmt. Kirak ist nicht... Doch, Kirak ist hier. Äh, da. Aber mit dem kann man hier nicht reden. Deshalb müssen wir nochmals zurück. Jaja, gestanden. Das hat sich verändert in einer der letzten Ligen. Ah, hier ist er. Okay. Sehr gut. Geht zu gefallen, Gericht sucht nach Dominos Arbeitszimmer. Okay. Da müssen wir jetzt wieder zurück. Ähm, wo ist das Waypoint? Äh, haben wir kein Waypoint mehr hier? Ist das wurde alles verändert? Ich glaube, in der letzten Season wurde das verändert. In der vorletzten Season. Irgendwo hier. Genau hier. Genau hier. Das gefallene Gericht, ja. Okay, sehr gut. Dann müssen wir leider jetzt noch kurz eine Mission machen. Ah, aber das ist ganz kurz. Okay, keine Gegner momentan. Ja, hier unten durch. Rennen mal ein bisschen mehr. Das gefallene Gericht. Keine Gegner mehr. Hier ist ein Gegner. Hallo. Waffewechsel ohne Gegner macht keinen Sinn. Hier ist ein Gegner. Sehr schön. Also jetzt müssen wir zum dritten Mal in ein neues Gericht. Aber gut. Von mir aus. Ja, ja. Das seht ihr in Gegners One-Hit. Also die gelben Tankieren. Nicht. Das ist einfach extremst wie leicht das Spiel mit dem richtigen Build wird. Und noch ein paar Legs dazu. Also so Backworps. Wenn man die... Das Spiel nicht versteht, dass wir hier rumlaufen und so weiter. Ja. Servus. Servus, Isis. Isis, lernen Sie so gut. Ich habe mir gedacht, was für ein Bild wäre eigentlich wegen Reflexion gut. Und da habe ich gedacht, ah, ich habe ja noch ein SRS, also Samen Raging Spirit, Totenschädel, Beschwörungsbild, den ich machen wollte. Aber da brauche ich Items, gute Items. Und auch der Bleed Gladiator-Bild, für ein Kampfbild, da brauche ich leider auch sehr viel gute Angst. Es ist momentan wirklich am bequemsten, den Bild jetzt hier weiterzumachen. Und deshalb werde ich einfach sehr viele Parts bringen, damit ich euch auch wirklich zeigen kann, was so passiert, weil ich sehr viel spielen werden will. Ich wünsche, dass sie wirklich alle machen. Alle Achievements. Also, wie viel habe ich jetzt? 8 von 40. Ich werde alle 40 hier machen. Ich hoffe, ich bekomme es hin. Aber auf jeden Fall die Flügel. Sie sehen zwar mega hässlich aus, aber ich will wenigstens wieder Flügel freischalten. Ja. Verfluchte Reliquienkammer ist das hier. Warte, muss ich dann wieder zurück? Nein, das ist hier. Okay, so ein bisschen habe ich es noch im Kopf. Aber so, es ist schon lange her, seit ich mich das gemacht habe. Das Anfangs letzte Season. So. Vor drei Monaten ist das auch gar nicht mal so lange her, aber trotzdem, man spielt halt viel anders. Also, wenn ich spiele zu viel anders, dann hat man nicht immer alles im Kopf. Okay, die sind sehr hoffentlich nicht stark. Das sind sozusagen Bosse. Ich sehe es sind. Vielleicht für ihr Resistenz. Ja, kann es nicht für ihr. Oh, aber die machen auch schaden. Ah, das ist der Blitzgewehr. Jetzt macht so viel schaden. Nein. Okay. Nein. Schwester. Oh, ja, meine Schwester ganze Zeit. Oh, keine Zeit, keine Zeit. Ja, ich habe keine Zeit. Ich bin Sportler. Immer muss ich etwas machen. Ständig muss ich, muss ich machen. Selber schuld, wenn sie sich so anfühlt, als würde sie die ganze Zeit Hilfe brauchen von mir. Also. Immer stören. Ständig immer nur stören. Und glaube ich, das würde man nicht, äh, ja, mit ihnen zusammen irgendwas die ganze Zeit machen müssen. Ich lebe alleine in meinem Haus. Also, ich brauche die zwei nicht, aber sie müssen natürlich bei mir sein. Das ist die Sorge. Unglaublich. Naja, okay. Ja, und was muss ich jetzt machen? Das muss ich in eurem Versteckten. Hier muss man gar nichts machen. Man muss einfach diese Glamour betreten. Okay. Verstanden. Wenn die Spiele einfach sagen würden, was jetzt genau vonnöten ist, aber nein. Nein. Da. Ist doch gesteckt. Kann man dich auch beschieben? Ähm, Hafendschungeltal. Ist mir toll. Schieben. Schieben. Du bist hier falsch. Du warst doch, glaube ich, hier in der letzten Season. So. Jetzt. Ähm, Skeletze bewohnen. Oh, Glitzchance ist natürlich nicht so toll. Aber gut. Also, Maps sind, ja, wie bei allen anderen Action-Adventions und so. Einfach die Karten, die verschiedenen Teile der Kampagne. Neu aufgelegt, ohne Quests. Einfach zum Durchklotzen. Einfach alle Gegner töten. Am besten. Und die Maps natürlich auch stärker machen mit der Zeit. Genau. Also. Weil in den Maps droppen wir auch mehr Items und alles mögliche. Oh, ja. Ja, Boss machen. Sehr toll. Ah ja, es ist noch zu wenig. Ah, die haben neue, äh, Waben, ne? Wir müssen noch ein paar mehr von diesen Intergenzien. Das ist die letzte Season gewesen. Äh, Metamorph. Genau. Also, überall. Wir müssen sowieso die Map nochmals durchlaufen, weil es viel droppt. Ah. Es könnte schwerer werden. Ich sehe es jetzt schon. Es ist echt, wie schwieriger wurde. Ja, wir könnten sogar sterben, wenn es so viele Gehäte bekommen. Boah. Okay, Unix. Wow. In der ersten Map schon so viele Unix zu bekommen. Das ist natürlich gut. Er hat sehr viele Resistenzen. Heftig, wie lange der braucht. Also, lasst mal in Ruhe. Es spawnen einfach zu viele, äh, Zauber. Oh, heftig. Ich glaube, ich bekomme bald ein paar Probleme. Die mache ich gar nicht kaputt. Die halten mich zu lange auf. Also, die Boss, äh, die, die Rares, die zu viel aushalten. Einfach mal. Nein, nein, nein. Nicht Zeit. Ja, Zeit. Zeit. Ich habe wieder Zeit. Ich habe wieder Zeit. Boah. Noch mehr. Ich brauche noch mehr Unix. Es ist erst vier. Komm schon. Grinden. Hop, hop, hop. Ja, die Zeit ist einfach zu schnell weg. Wir sollten mal aufhören. Dann endlich mal patchen, ey. Ich will nicht immer so spurten müssen. Ja. Oh, Terminus Est. Eines der besten Zweihandschwerde. Krass. Einfach genial. Schade, dass wir hier nicht mehr machen konnten. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, hätten wir hier, ja, Tau Defense machen können. Okay, in zwei Minuten natürlich noch nicht, ich will da draufklicken. So, ich mache den ganz normalen Schmarr. So, ich würde mal anfangen, dieses Tau Defense-Zex, wie hieß es nochmal? Diese, diese, ähm, Liga. So, ich weiß es nicht genau. Ähm. Steht leider nichts. Aber, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin halt nicht ein vollkommener Buff-off-Excel-Zocker. Oh, je, die kommen von überall. Okay, sie haben noch nicht angegriffen. Das ist noch 10 von 10. Ja, es ist schwerer, als ich dachte. Oh, ja. Genau, den angreifen. Nein, nicht den angreifen. Also, nicht sehr angreift. Unbedingt hier, die Drohnen. Drohnen sind sehr stark. Sie halten zwar nichts auf, aber sie killen, die gehen einfach sehr schnell. Drohnen unbedingt machen. Nicht die defensiven Skelette. Also, wenn ihr nicht über-schwer habt, macht die Drohnen. Wenn ihr es extrem schwer, eine schwere Map habt, mit viel Leben, viel Monsterleben und so, macht das andere, das linke, bei den Beschwörungen. So, wir haben schon zwei Umpulen bekommen. Krapennest, sehr gut. Kadavermantel. Oh. Ah, Kadavermantel ist so geil. Wirklich geiles Item. Das müssen wir unbedingt haben. Aus Rüstung. Oder eher defensiver, ähm, den Krapenpanzer da. Weiß nicht genau, wie er heisst. Fahne ich auf Englisch. Ja, aber wo es ein Krapenschild gibt. So eine blaue Rüstung mit Krapenschild. Jo. Echt geil. Also, macht unglaublich viel Spaß in den Maps schon wieder. Ich liebe einfach Maps. Es ist endlich mal echt was los, es droppt mal gut und, ja, ich liebe einfach Maps. Wir haben die späteren Maps dann, die wirklich auch ein bisschen Taktiker wurden. Ja. Ich freu mich aufs Eingehme. Das muss natürlich auch sein. Ja. Wir gehen mal kurz raus. Und laden mal dieses Zeugs ab. Die will ich noch nicht reden. Verkauf's mal bei dir. Ja, die Dunkelschimmervektoren. Auf Deutsch sind die einfach, die heissen auf Deutsch einfach richtig cool. Ja, ich würde sogar das nehmen, wegen erhöhter Erfahrungsgewinn auch. Wegen Elementarschäden. Der Ring ist auch nice to have für den Anfang, für neue Klackte. Tja, Thermius Est. Und, ja. Wie einfach wertvoll Thermius Est früher war und jetzt ist es einfach nur noch Scheiß. Ein Scheißwert. Weil es so gut droppt. Es ist schade, dass wir zu viel droppen. Also, ich möchte den Helm nochmals. Nein, ich habe wieder da. Und da. Die Spitze. Ja, jetzt habe ich leider zu wenig Ding. Wegen der Rüstung, die ist immer noch nicht sechs Linkertour geworden. Jetzt macht doch vier, ey. Ja. Jetzt aber noch umwandeln. In. So. Flammengolem. Blitzgolem. So. Weil jetzt kann ich auch wieder Brandschaden anrichten. Ja. Besser Brandschaden anrichten. Weil es jetzt nicht mehr umkehrt in Blitzschaden. Ähm. Feuer Schaden. Blitzschaden. Was ist denn noch kein Unique? Die nehme ich jetzt noch nicht raus. Die brauche ich noch nicht. Ähm. Wipps. So. Und. Ja, machen wir mal kurz hier. Genau. Also, das Map-System. Hier werden überall Maps sein. Punkte. Die, die verschiedenen Maps sind. Und diese Zonen muss man füllen. Also, man muss viele Maps in einer Zone machen. Dass ein Boss erscheint. Ein Gott. Und den Gott muss man dann töten. Und dann wird wieder resetet. Und dann muss man wieder den Boss töten. Nach vielen Maps. Und so weiter. Und die verschiedenen Gebiete geben andere Items. Andere Ponies. Andere Gefahren. Und so weiter. Und am Schluss kämpfen wir dann gegen Shaper. Oder ähm. Ältesten. Oder. Ja. Alles mögliche. Wie älter. Über älter. Und so weiter. Und so fort. Und ich kenne die noch nicht. Ich war nie so am zocken wie viele anderen. Deshalb kann ich sagen, dass ich einfach das auch in dieser Season machen möchte. Weil ich endlich auch die Zeit finde, ein OP-Bild zu machen. Der, ja. Hoffentlich auch ähm. Shaper und so. Über älter und so. Okay, Schaden. Spiel ist einfach nicht balanciert. Oh ja, ich hab die Golems gar nicht beschworen wieder. Ich hab den Helm gewestet, aber der Golem nicht. Und die Golems nicht beschworen. Ja, ja. Wenn das einfach automatisch gehen würde, ey. Einfach Quality of Life oder so. Ich hab einfach zu einem schweren gemacht schon. Automatisch wie immer. Extrem unbalanciert. Wie jeder neue Liga-Patch. Einfach wahnsinnig unbalanciert. Also, ich sag einfach. Wenn ihr stirbt, lernt ihr raus. Es macht nichts, wenn ihr stirbt. Ähm. Wenn ihr besser seid, könnt ihr noch Hardcore zocken. Dann dürft ihr gar nicht mehr sterben. Weil ihr sonst wieder den Charakter verliert. Und, ähm. Ja. Wie man so sagt. Äh. Das mach ich lieber nicht. Weil ich so viele Spiele zocke. Und da nicht konzentrieren kann. Auf ein Spiel. Wenn ich jetzt wirklich. Einen oder ja. Drei Monate, wie die Liga lange sind. Ähm. Ding zocken würde. Aufwechselnd würde ich Hardcore zocken. Dann würde ich nichts anderes als Solo, Self-Bound, Hardcore zocken. Aber solange ich jetzt die Let's Player bin. Sportler bin. Alles mögliche. Mach ich das nicht. Ich mach es einfach nicht. Also, Dschungeltal haben wir. Hafen. Machen wir gleich mal Rare. Oh. Abtrünige. Elementargleicht. Das ist nicht so schlimm. Hoffentlich. Und ja. Ich habe so viele, ähm. Alchemie-Orbs, dass ich, sag ich, noch ein Rare zeigen kann. Ja, okay. Einfach den Anfang. Ich werde jetzt einfach weitermachen, bis der erste Boss da ist. Und dann mache ich den nächsten Part. Weil, ja, die verschiedenen Maps durchquetschen müsst ihr ja nicht sehen. Das könnt ihr gerne selber spielen, weil das Spiel ist kostenlos. Und, äh, ja, ich habe zu wenig Zeit, um wirklich das zu zeigen. Also. Also. Wenn mir das nicht viel schwerer, habe ich das Gefühl. Weil wir auch bessere Gegner sind. So, machen wir doch das kurz. Muss ich gleich ein paar denken, wenn das schon wieder zu lange wird. Oh. Ich bin immer... Ich mache immer zu lange Parts, gell. Ja, ja, red du einmal ein bisschen. Ich kann das später noch mal nachschreiben, was du denkst, dass ich nichts verstehe. Ich habe viel zu leise. Ja, die Fetten sind natürlich zu fett wieder. Ja, sicher! Was konnte ich machen? Ich konnte nicht durchporten. Wow. Dankeschön. Liebes Spiel. Bist du nett, ey? Diese Explosion machen so viel Schaden von diesen Explosionsvielen. Dann habe ich hier halt fertig. Boah, haben die viel Leben schon. Komm vorwärts. Laufen Sie mal ein bisschen schneller, als die langsame Hexe. Ja. Das ist halt fertig. Aber wir haben... Aber wir haben... Oh. Geil. Das ist ein geiles... Geiler Torch. Weil der macht Coltschaden auf... Genau, nebenhand. Auf der Nebenhand. 100% erhöhte Kälte Schaden. Ich finde das so geil, der weiße Wind. Ich finde das so geil, der weiße Wind. Ich finde die besten eines... Also, danke schön fürs Schauen. Ich mache die Map fertig. Ja, muss noch ein bisschen sterben, weil... Viele können nur bis T4 diese Teile machen. Diese, ähm... Oder ja, wie soll es heißen. Und ja. Ja, der Lidium. Ja. Es ist einfach mega unberassig. Ihr werdet es merken, wenn ihr ins Endgame kommt. Ich habe es gemerkt. Schon viel Zeit. Tschüss. Tschüss.